Vor ein paar Jahren war es noch schwer vorstellbar. Bankantrag ohne Büros. Oder dass Sie per Uhr oder Telefon bezahlen können. Apple Pay, Samsung Pay. Oder dezentralisiertes System, das die Banken der Welt herausfordern wird. Aber es ist passiert. Bankant, neue Technologien, Online-Plattformen für Investitionen und Kryptowährungen. Investitionen wurden erstmal für eine breite Paletten für Menschen verfügbar. Gleichzeitig sehen wir, dass das durchschnittliche Niveau der finanziellen Bildung selbst in den Industrieländern kaum 55% erreicht. Aber trotz der hohen Lese- und Schreibfähigkeit ist es aufgrund der Informationsfülle schwierig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wie wir wissen, mangelt es am Markt an Analyseinstrumenten. Experten, die sich im traditionellen Investmentmanagement sicher fühlen, müssen von Anfang an die neuen Marktalgorithmen verstehen. Darüber hinaus erwiesen sich die besten Bildungseinrichtungen der Welt als unvorbereitet für den sich veränderten Markt für Kryptoinvestitionen. Also, da kam ein Taklamakan-Network-Projekt. Dezentralisierte Investitions- und Bildungs-Business-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Kryptoprinzipien selbstständig zu finden und dieses Wissen auf reale Probleme anzuwenden. Als Krypto-Enthusiast erhalten Sie Zugriff auf Schulungsmaterialien, Webinare und Mentoren, sowie ausgewählte Produkte für Handel und Analytik. Wenn Sie ein Investor sind, können Sie die Empfehlung der Experten für unabhängigen Handel und Anlagen nutzen und sich dabei auf die Meinung erfahrener Händler und Analysten verlassen. Wenn Sie ein Händler oder ein Analyst sind, können Sie die Plattform für finanziellen Wohlstand nutzen, indem Sie Ihre Prognosen teilen und Newsletter für die Plattformbenutzer verfassen. Die Taklamakan-Network-Plattform hat mehrere Vorteile, da sie Möglichkeiten für Profis Chancen für Kryptoinvestoren Neulinge des Kryptomarktes werden in der Lage sein, ihre Investmentfähigkeiten zu steigern, eine professionelle Analyse von Blockchain-Startups zu erhalten und ihr Kapital zu erhöhen. Es ist der Rat des Mentors und die rechtzeitigen Informationen, die heute einen Vorteil bringt. Unsere Aufgabe ist es, mit der Informations-Asymmetrie zu kämpfen und den Markt so offen und transparent wie möglich zu machen, was eindeutig der Grundgedanke der Blockchain-Technologie ist. Trete dem Taklamakan-Network bei und sei Teil eines revolutionären Blockchain-Projekts.